Jujujo, da sind wir wieder. Mir ist das letzte Mal die Aufnahme abgeschmiert. So, wegen... Ähm... Jo, ich pass mal nicht auf, wie viel Platz ich noch hab auf meiner Festplatte. Und, ähm... Ja... War halt nicht ganz so Burner. Ähm... Nö, hau ich mal weg. Eispanzer... Wörf ich mal rein. Ähm... Hier, hör mich mal auf. Und noch mehr Eispanzer. Uh, die ist'n geil. Und noch mehr Eispanzer. Äh, vagant, kann weg. Pro Sekunde, Gesundheitswiederherstellung, Schilds unwichtig. Beziehungsweise nicht Unwichtigung, aber verwenden wir eigentlich nicht. Unwichtigung, unwichtig, meinte ich. Ähm... Einzigartige Axt, 21 mit Feuerschaden. Ja... Ähm... Moment... Einkaufsliste... Heiltrank... Großer Heiltrank... Fünf Stück mitbringen... Go, go! Der Begleiter ist fortgegangen. So, und, äh... Ja, wir gehen jetzt in die, äh... Rauereifügel. Und... Ach, wart, ne. Wir sind schon in der... Quiz drinnen. Also, wir sind jetzt in der, ähm... komischen Katakombe. Aua. Hier unten drinnen. Komm schon! Alter... Das macht doch ganz schön Schaden, ey. Alter, saugen die Viecher Mana, das geht gar nicht klar. Oh, da verwende ich so viel meinen Attacken. Das ist jetzt die Frage. Ist nicht! Hau ab! Hohohoho! Was war das? Uund... Rage-Mode activated! Jack. 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 Hau! Komm schon! Jack. Dieiii. Ich muss sagen, an Identifizierungsschrift roll mangelt es mir diesmal gar nicht. Was eigentlich irgendwie ein bisschen komisch ist. Boah, Alter. Alter. Komm schon, durch da. Jawoll. Okay, jetzt schauen wir kurz mal. Ah, das ist mir wieder voll. Moment, jetzt schicken wir es wieder mal zurück. Okay, was war das gerade? Okay, was war das gerade? 1% mehr Erfahrung, 3% höheres Zaubertempo brauchen wir nicht. Ähm... Äh, wir brauchen dringend mehr Inventarplatz, habe ich das Gefühl. Verbrauchsgüter. Spinne. Schakal. Ähm... Oh ja. Und unser Begleiter wurde gerade verwandelt. Für 5 Minuten irgendwie. Und ich wundere mich gerade, warum ich da hin und her geteleportiert werde. Sterben. Sterben. Oh ja. Eh, zum Glück haben wir hier Gegner nicht 4, mal dass sie wegrennen. Alter, was droppt denn der alles? Ich könnte wetten, wir sind schon wieder gleich voll. Dreppe nach unten? Ne, ich erforsche jetzt noch weiter. Boah, ernsthaft jetzt? Da oben konnte man noch lang, Moment, wieder zurückretten. Ja, ja. Ich muss sagen, heute war ja extrem schönes Wetter. Hat man schon lang nicht mehr so schönes. So langsam wird noch was, was mein... Es kommt, äh... Der Sommer. Ja, komm, Mana-Spam. Ja, Peitsch, deine Sklaven, woanders aus. Verziehen die mir irgendwie Mana, oder... Verbrauch ich einfach nur so viel. Das dürften alle gewesen sein. Ach, da geht's gar nicht runter. Ich dachte schon, ob meine Maus wieder erspackt, aber... Dem ist wohl nicht so. rum um die Ecke und hoch. Leute, ihr könnt euch freuen, äh... Im Mai... Ja, im Mai kommt, äh, endlich mein... Großmembran-Mikro, da habt ihr auch ne, äh... Mitnehmen. Kann der weg. Rohleder umhangen. Erfahrtstufe 20. Ja, nehmt schon mit. Und der kann auch weg. Euer Begleiter ist fortgegangen. So, und wir gehen weiter. Äh, noch schnell gehen. Auf Stärke-Skillen. Wir brauchen doch mal ein bisschen mehr Stärke. Das muss schneller gehen. Ich will die One-Hitten können. Genau so muss das. Einmal reinhauen und alles platzt. Oh ja. Stufe 19. So muss das. Alter, saug ich mich als Bader. Alter, oh cool. Oh, die halten echte Klaus. Alter. Oh cool. So läuft's. Und wieder voll. Okay, hier geht's echt nicht lang. Ja, was killen wir hier? Fokus. Nee, langweilig. Mehr darauf. Und... Wolf, was killen wir hier? Den können wir noch mal hochdrücken. Da ist der Flächenschaden ab 21. Ähm... Ähm... Lass durch Gegner durchrennen. Aber du musst es an sie ranziehen. Ähm... Gut, der ist so eine Standarte, die uns halt im stationären Kampf mehr Damage gibt und eine höhere Aufladerate. Und das ist halt, äh, ja, Endfertigkeit. Wir sagen, dass wir hier noch ein bisschen pushen. Geheul oder... Geheul oder... Das... Äh, hier ist halt das Beil, das von vorne Ding. Hm... Hm... Ja... Interessant, oder? Körperschaden um 2%, Eisschaden um 6%. Äh, ja... Oder... Nee, ist auch langweilig. Gerade überlegen. Hm... Hm... Was nehm ich, was nehm ich, was nehm ich? Okay, das nehm ich. Aua. Ähm... Alter, hat die niedliche Yamada so cool. So... Jupp, ihr zieht mir kein Yamada mehr. Viel halten wir echt nicht aus, ne? Ist nicht. Okay, waren wir hier schon irgendwie? Ist nicht. Gibt's nicht. Eure stinkigen Krallen können wir bei euch behalten. Die will ich ehrlich gesagt gar nicht haben. Hoch das Träppchen um ne Ecke und dann geht's los, ne? So. Ja, der Schmetterangriff kann nicht mal. Ey, ich dachte grad schon. Und da sind's alle fertig. Das hat schon Vorteil, wenn man diesen Rage-Mode in ne große Gruppe reinrennt. Ja. Jupp. So muss dat. Fertig. Alter, ich bin so nervt. Komm drauf da. Alter, halt, das hält das G4 aus. Oh, fuck. Ähm... Ach so. Ich hab kein Mana mehr. Äh, keine Mana-Pots mehr. Das war echt so cool. Aua. Jupp. Komm her. Mehr Schaden. Aua. Großer Mana-Trank, gut. Ähm, Inventar, Verbrauchsgegenstände. Großer Mana-Trank geht noch klar. Haben wir noch welche? Verjüngungstrank. Langweilig. Heiltrank, großer Heiltrank. Das geht noch klar. Ach lol, ist das schon tot? Oh. Okay, dann, ähm... Moment kurz. Mach den nochmal schnell voll. 119, ne, wir machen alle anderen Dingern mehr. Ähm... Ja. Ja, nochmal zurück. Euer Greiter ist... Zwei Minuten warten und schon mal losrennen. Ach, scheiß drauf. YOLO, ne? Okay, hab ich nicht gesagt. Wir werden so sterben. Okay, doch nicht. Nein, 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 nein. Ich war noch nicht da, ich war noch nicht da. Fuck, ich bin getriggert, oder? Hört sich so an. Ja, fuck, ich bin getriggert. Boah, mach ich nicht viel Schaden. Ähm... Los, aggress ihn mal. Alter. Dann zieht ihr mir auch Mana? Glücklich gesund, da reinzugehen. Gut. Alter. Nicht genug Mana. Nicht, das ist nicht genug Mana. Oh cool, nicht genug Mana. Alter. Waaat, geht hier schief? Er ist wie immer mit Nico, ne? Wenn du ihn brauchst, ist er nicht da. Ah, da ist er. Endlich. Waaat, ich bin der erste bei der Hälfte. Du kriegst mich nicht. Boah, du alte Pussy. Was ist denn mit Dreckswolfen da rumkommt? Der Begleiter ist schwer verletzt. Ja, komm schon. Er hat Ohl, die Gurke. Was ging jetzt irgendwie so? St-Z. Okay, doch nicht. Okay. Drei. X. Vier. Und drauf da. Bin easy, klar, oder? Alter, der Kampf ist echt mal schwer. Ähm. X, ne? Ist nicht. Komm schon drauf, da. Stirb. Ja, scheiß auf die Begleiter. Alter, endlich. So muss das doch. Ja, Drecksvieh. Ja, der Moment ist ja nicht. Da sind... Ja. hne... Vielen Dank.